Endlich mal wieder aus anderer Umgebung hier. Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und es wird uns Futter gegeben. Für eines der beliebtesten Themen hier auf dem Kanal wird indirekt mehr oder weniger uns ein Anlass gegeben, mal wieder dieses Thema anzuschneiden. Und zwar geht es um eine neue Studie, und wie habe ich davon erfahren? Vom Kollegen, wenn ich mal so nennen darf, Rosepp. Und zwar geht es in dieser Studie darum, ob jetzt mehr Wiederholungen oder die Steigerung des Gewichts wichtig sind. Das heißt, wir haben immer zwei Möglichkeiten, wenn wir stärker werden. Machen wir beim nächsten Mal mit dem gleichen Gewicht wie beim letzten Mal mehr Wiederholungen, meistens eine Wiederholung mehr, wenn wir einen Sprung haben, sogar zwei. Oder steigern wir das Gewicht, sind wieder bei den gleichen Wiederholungen, wie wir beim letzten Mal absolviert haben, aber mit mehr Gewicht. Um das Ganze mal so ein bisschen mit Zahlen zu versehen, ihr habt mit 100 Kilo Bankdrücken, ich sage das immer mit dem Bankdrücken, dem 100 Kilo, nicht um euch zu deprimieren, falls ihr das nicht schafft, sondern weil sich einfach mit 100 so gut rechnen lässt. Nun ja, habt ihr also mit 100 Kilo genau sechs Wiederholungen geschafft und denkt euch, beim nächsten Mal muss ich mich ja steigern, weil ihr dann eigentlich ja mehr Kraft haben solltet, denn sonst wäre die Einheit irgendwo sinnlos gewesen. Dann könnt ihr jetzt beim nächsten Mal vielleicht sieben Wiederholungen schaffen mit 100 Kilo. Oder, wenn ihr schon wisst, ihr werdet euch steigern, dann nehmt ihr vielleicht mal 105 Kilo und schafft vielleicht wieder sechs Wiederholungen. So oder so ähnlich. Ob es jetzt 102 Kilo sind oder ob es zwei Wiederholungen mehr sind oder ob ihr von Anfang an zehn macht, ist ja hier erstmal egal. Diese Studie, sagt Brosep, hat auf jeden Fall gezeigt, dass es bei den Probandengruppen eigentlich am Ende irrelevant war. Beide haben gleich viel Muskeln innerhalb von, was sagt er hier, zwei oder drei Monaten aufgebaut. Und dann kommt er natürlich zu einer gewissen Schlussfolgerung. Es gab sogar einen Muskel, nämlich den Beinstreckermuskel, wo die mit den Mehrwiederholungen tatsächlich ein bisschen besser aufgebaut haben. Aber, was schlussfolgert Brosep nun daraus? Wichtig wäre für dich jedoch, du kannst sowohl das Gewicht als auch die Wiederholungen steigern, um eben bestmöglichen Muskeln aufbauen zu können. Beides ist absolut möglich und beides wird dich definitiv an dein Ziel bringen. Und genau da muss ich ein wenig einhaken. An dieser Stelle für alle, die da draußen, die mir immer eine gewisse Arroganz nachsagen möchten, wenn ich es doch vage, Leute, die eine höhere Abonnentenzahl haben, zu kritisieren. Zum einen muss ich dazu sagen, Brosep ist wirklich gut in dem, was er tut. Und er hat meinen ganzen Respekt. Er lässt sich von seiner Persönlichkeit, auch von seinem Fachwissen einfach nun mal, da lässt sich wenig kritisieren. Aber dennoch haben wir recht unterschiedliche Meinungen teilweise. Und ich sehe es, wenn ich das jetzt kritisiere, nennen mag, oder eine Meinung von mir dazu addiere, so als würden sich zwei Experten in einem gewissen Fach darüber austauschen. Und genau so entsteht Wissenschaft. Das nur mal am Rande für alle Kritikanten da draußen. Jetzt aber weiter. Also, ich schätze Brosep, kann aber auch sagen, hier ist seine Schlussfolgerung etwas, ich sag mal, mangelhaft. Ich glaube, dass er es gar nicht so meint, wie ich es jetzt überspitzt ausdrücke. Das sieht man auch hier und da an dem, was er sagt. Aber dennoch erwähnt er es nicht. Und man sollte hier auf YouTube das auch vernünftig abschließen. Zum einen müsste man natürlich wieder die Studie kritisieren. Es sind die gleichen Dinge, warum ihr nicht unbedingt 1 zu 1 auf Studien hören sollt, die auch hier drin vorkommen. Beispielsweise ist die Studie so aufgebaut, dass die Probanden zweimal die Woche den Muskel trainieren. Was hat das jetzt mit Wiederholungen oder mit der Krafteinheit zu tun? Es gab natürlich eine Gruppe, die die Gewichte steigern sollte und die andere Gruppe, die die Wiederholung gesteigert hat bei gleichem Gewicht. Jetzt ist es so, dass tendenziell, wenn man in einem niedrigeren Wiederholungsbereich trainiert, man meistens wesentlich mehr Regeneration benötigt. Das lässt sich auch logisch erklären, weil ihr mehr Gewicht benutzt. Und die Gelenke und die Sehnen sich mehr erholen müssen. Heißt, wenn ihr wirklich fortschrittlich trainierende seid, wozu ich zum Beispiel gehöre, dann werde ich bei Radius von 6 bis 10 Wiederholungen, bei Kniebeugen, Kreuzheben, was es auch immer ist, selbst beim Bankdrücken, werde ich so viel Gewicht bewegen, dass ich längere Regeneration habe, als würde ich 15 Wiederholungen davon machen. Ja, auch wenn man bei beidem an die Muskelerschöpfung gehen würde, kostet mich das eine mehr Regeneration als das andere, weil es einfach im Verhältnis zu meinem Körpergewicht und zu meinen Gelenken und zu meinen Knien, die nun mal nicht wachsen, sondern höchstens sich anpassen, ein bisschen stärker werden, aber moderat, gar nicht so viel wie die Muskulatur, darunter leiden und ich die nicht so schnell regenerieren kann. Das bedeutet, die, die zweimal die Woche trainieren, die werden irgendwann, wenn sie die Wiederholungen nicht steigern, sondern die Gewichte Probleme bekommen. Das ist so eine von vielen grundsätzlichen Sachen, aber ich will jetzt nicht mehr auf die Studie eingehen, denn die hat noch einige dieser Fehler, die immer wieder vorkommen und weshalb man die Studien sehr genau unter die Lupe nehmen muss. Ihr seht schon das bei anderen Videos auf diesem Kanal. Schaut mal gründlich nach. Hier haben wir nun aber bei der Schlussfolgerung von BroZap ein großes Problem. Und zwar ist die Studie nur über zwei, drei Monate. Natürlich, das ist keine zehn Jahre Studie. Und jetzt muss ich mir das ja immer weiterdenken. Das heißt, ihr wollt ja kein Ergebnis haben von Studien oder wie ihr am besten den Körper aufbaut für die nächsten zwei Monate nur. Ihr wollt ja eigentlich wissen, wie ihr über sechs Monate, zwölf Monate aufbaut, sondern bis ihr bis zu eurem Körper gekommen seid, den ihr euch wünscht. Und das dauert meistens länger als einfach nur zwei oder drei Monate. Und jetzt ist die Frage, gelten die Erkenntnisse für die zwei, drei Monate auch übertragen weiter? Das heißt, führt sich diese Linie weiter fort? Ich muss jetzt hier mein Luftzeichen. Ich versuche mal was. Keinen Moment. Ich muss da abplatten. Das, da rein. Ich bin eher so der Techniker, ne? Stift. So, hier wird jetzt aufgezeichnet. So, ich versuche es jetzt mal euch ein bisschen anders zu zeigen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt trainiert, und wir machen mal hier den Progress hier hin. Ja, ist jetzt keine Meisterleistung. Das soll eigentlich Geraden sein, natürlich, ne? So, und hier kommt euer Wachstum in der Muskelmasse. Und das hier ist natürlich die Zeit. Weird, da drauf zu schreiben. So. Zeit. Sieht gut aus. Zeit plus. Dann habt ihr jetzt vielleicht dieses Level hier an Muskelmasse. Und in zwei Monaten kommt ihr vielleicht tatsächlich auf dieses Level an Muskelmasse. Jetzt ist nur die Frage, wenn die Studie das hier über die zwei Monate schafft, geht das geradeaus so weiter? Können wir also wirklich sagen, die Erkenntnisse, die wir in diesem Intervall hier haben, in diesem Intervall, sind das die Erkenntnisse, die sich auch weiter übertragen lassen, auf die nächste Zeit? Das heißt, dass wir hier wieder genauso viel zunehmen, genauso viel, genauso viel. Ja, wir gehen jetzt hier so ein bisschen in Mathematik hinein. Und das ist bei vielen Dingen nicht der Fall. Wie zum Beispiel hier. Ganz einfache Situation, an der ihr euch das klar machen könnt. Innerhalb von zwei Monaten werdet ihr euch nicht um die Wiederholungen exorbitant steigern. Wenn ihr also bei acht oder sogar bei zehn anfangt, dann werdet ihr im Bankdrücken euch vielleicht so weit verbessern, dass ihr am Ende der zwei, drei Monate intensiven Trainings vielleicht zwölf, wenn ihr richtig gut seid, 14 Wiederholungen könnt. Das ist immer noch in einem Intervall, wo man weiß, da findet Muskelaufbau präferiert statt. Was ist aber jetzt nach zwei Jahren? Beispiel dazu, ich habe mal irgendwann mit, als ich ganz jung angefangen habe, hatte ich 40 Kilogramm Bankdrücken. Damit habe ich dann so um die, keine Ahnung, acht Wiederholungen, sagen wir mal, geschafft. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, worauf das hinausläuft. Würde ich immer noch mit 40 Kilogramm trainieren, weil ich ja gelernt habe aus ProSapsVideo und aus dieser Studie, hey, Wiederholungssteigern ist genauso effektiv, wie Gewicht steigern musst du gar nicht, dann würde ich jetzt vermutlich mit den 40 Kilo, boah, keine Ahnung, was mache ich damit? 60 Wiederholungen? Könnte ich beim nächsten Video ausprobieren. Wer möchte, dass ich das mal in einem Video ausprobiere, wie viel Wiederholung ich mit 40 Kilogramm schaffe, schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall angenommen, ich mache damit, sagen wir mal, 60 Wiederholungen. Die sollen genauso effektiv sein, wie jetzt ein Gewicht von 140 Kilogramm, das ich bewege, für sechs Wiederholungen. Ich glaube nicht. Und, jetzt kommt es, und deswegen ist es auch eigentlich keine Kritik, ich glaube, BroZap denkt das auch nicht. Für die zwei, drei Monate, ja, aber das ist es wieder. Wie lest ihr jetzt so eine Studie? Und das kommt hier auf YouTube leider zu kurz, besonders bei den Science-Youtubern und ja, auch bei BroZap oftmals. Wie lese ich so eine Studie? Nicht einfach nur die Studie rausbringen, sagen, guck, das kommt dabei rum und die Leute müssen sich den Teil selbst denken. All das hier wird oft nicht bedacht. Die Leute denken nicht weiter. Sie hören nur, Wiederholungen steigern ist genauso effektiv, wie die Gewichte zu steigern. Ist es nicht. Überhaupt nicht. Und versucht mal mit 60 Wiederholungen im Durchschnitt was aufzubauen. Das sind Liegestütze, Leute. Ich schaffe auch damit Liegestütze. Da habe ich sogar ein bisschen mehr als die 40 Kilo drauf. Also am Ende muss man sagen, ist leider das toll, dass er auf so eine Studie verweist und man kann sicherlich irgendwas da rausziehen. Aber für unser Bodybuilding und für unsere Ziele und dafür, dass wir das nun mal länger machen wollen und vielleicht sogar ein Lifetime machen wollen, ist es einfach eine Studie, die wir kaum gebrauchen können und dann auch noch eine recht schlechte Schussfolgerung daraus. Dieser kleine Hinweis mal zu der Studie und dieser kleine Hinweis, bitte, bitte nehmt ihn als Anregung nachzudenken. Das hier ist ein übertragener Sinne, gilt für jede Studie, die da draußen jemals auf Fitness YouTube zum Thema Krafttraining gezeigt wurde. Und das ist der Grund, warum sich hier so zwei Lager einteilen. Diejenigen, die auf Erfahrung setzen und diejenigen, die auf Science-Based setzen. Und das Ding ist nicht etwa, dass die Science-Based natürlich die Vernünftigen sind und die anderen einfach nur zu stolz, sondern dass die Science-Based-Leute eigentlich gar nicht so Science-Based sind, weil sie eben nicht mit Wissenschaft die Studien interpretieren, sondern einfach nur rausposaunen. Nun ja, also, das ist ganz wichtig zu wissen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob ihr mehr zu dieser Thematik wollt und welche Erfahrung ihr damit gemacht habt. Ich sage mal, es ist eindeutig, über 15 Wiederholungen werden kaum Leute von euch da draußen einen Muskel aufbauen. Vielleicht ein paar kleine Muskeln, ja, Pump in Bizeps bekommen und vielleicht wird er dadurch mittrainiert. Aber baut ihr wirklich auf und habt das mal gemerkt, für diejenigen, die jahrelang am Eisen sind, über 20 oder über 30 Wiederholungen, sicherlich nicht. Ohne Gewicht geht es nicht einher. Zumindest in einem gewissen Radius. Ihr habt sicherlich auch schon mal von Raps in Reserve gehört. Natürlich, wer auf Fitness-YouTube unterwegs ist, der wird nicht daran vorbeigekommen sein. Und auch das ist ja ein Science-Based-Begriff der Science-Based-YouTube-Generation. Doch auch da gibt es einiges an Kritik zu. Wer das mal sehen möchte, schaut sich jetzt einfach mal dieses Video an. Da kriegt ihr sofort mal einen anderen Einblick zu diesen Wissenschaftsthemen. Ansonsten, liked das Video, wenn es euch gefallen hat und Mehrwert gegeben hat. Abonniert den Kanal, schaut euch mal die anderen Videos an. Da findet ihr vielleicht noch das ein oder andere Interessante. Und lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr darüber denkt. Schaut mal bei Protein Arena vorbei. Da spart ihr ein bisschen an den Supplements und unterstützt den Kanal. Macht's gut. Bis bald. Euer Gotti.